Das ist das Ohrfarm von dem Flügel. Hier sehen wir das Malz. Auch wenn man das Graus da drüben, das Graus da, das ist so brutal da beim Bergzuber. Weißt du, da ist der Berg und da wirkt das noch mehr. Die Wirkung ist enorm. Ja, die ist enorm. Schau. Ich muss ja mal erst sehen. Der Gergreder. Das ist sogar nicht normal. Das hier ist ein Raps. Schau das. Der Schreif. Das da ist ein Löwensang. Das ist ein Löwensang. Das ist ein Löwensang. Das ist ein Urpflanz. Das ist Löwensang. Ich bin ganz erschrocken. Das hier ist ein Löwensang. Das ist ein Löwensang. Das ist so hoch. Der geht ja nicht schon bis hierher. Ja. Das ist so hoch. 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 Das ist ein Löwensang im 2. Mai oder 3. Mai. Das ist so hoch. Das ist so hoch. Das ist so hoch. Nein. Das ist so hoch. Der Schnee hat den umgeschmissen, da war so viel Schnee. Der Wert ist schon so hoch. Untertitelung des ZDF, 2020